Die großen Indizes wie der DAX und der Nasdaq haben vor einer Woche mit einer Kurslücke nach unten eröffnet und sind bereits um mehr als 4% gefallen. Zu Beginn des Corona-Crashes sowie der Korrektur im September 2020 konnten wir genau dasselbe beobachten. Für viele Aktien hat das schon mit einer Kursrutsche vom zweistelligen Bereich zufolge gehabt. Denn viele Anleger regieren aktuell sehr empfindlich auf bereits kleine Korrekturen, was zeigt, dass die Hände am Markt sehr schwach sind. Wir möchten mit dir die aktuelle Entwicklung am Aktienmarkt analysieren und dich auf die wichtigsten Punkte aufmerksam machen, die du jetzt unbedingt im Blick haben solltest, um dein Vermögen effektiv zu schützen. Es gibt nichts Gefährlicheres als die Angst und die Gier abwechselnd getrieben. Wer eine zu größte Korrektur oder gar ein Crash befürchtet, sollte seine Strategie bzw. seine Position unbedingt anpassen. Wir zeigen dir in diesem Video, wie du das umsetzen kannst. Zu Beginn des zweiten Quartals dieses Jahres konnten die Aktienmärkte, wie auch im Jahr zuvor, nochmal richtig Fahrt aufnehmen. Sowohl mittelfristig als auch langfristige Anleger befanden sich nun seit der Corona-Krise auf der Sonnenseite der Börse und konnten hohe Profite einfahren. In den letzten Tagen kommen allerdings vermehrt Zweifel über eine Fortsetzung der Rallye auf. Verantwortlich dafür sind unter anderem die immer noch eingeschränkten Lieferketten, die weiterhin die Rohstoffpreise in die Höhe treiben und die Margen der Unternehmen stark unter Druck setzen. Der Technologiesektor hat mit seiner Chip-Knappheit zu kämpfen und die Corona-Krise scheint mit steigenden Infektionszahlen, neuen Lockdowns und dem nicht mehr allzu weit entfernten Winter längst nicht überwunden zu sein. Speziell in Deutschland befürchten auch einige Anleger eine kommende Insolvenzwelle, die nach den Wahlen im September ausgelöst werden. Auch wenn nicht alle genannten Faktoren einen Einfluss auf die Kurse nehmen werden, so besteht dennoch eine überdurchschnittliche Risikobereitschaft am Markt, dass wir eventuell eine Korrektur sehen. Gezeiten gibt es schließlich immer an der Börse. Sie mögen zwar nicht immer im gleichen Zeitabstand zueinander kommen, doch nach einer solchen Flut sollte man langsam nach der Ebbe Ausschau halten. Die Frage ist nun, wie aktuell kann ich mit der Situation umgehen? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was du tun würdest, wenn die Börse über mehreren Wochen oder Monate auf Talfahrt geht? Möchtest du dich schutzlos den Gezeiten aussetzen oder triffst du wirklich Maßnahmen, um dich davor zu schützen? Du solltest dir deine Position im Portfolio genau ansehen und dich fragen, welches Potenzial diese auch nach unten haben, beziehungsweise was das für dein gesamtes Depot bedeutet, vor allem in Euro. Was musst du aushalten? Wie viel Euro würdest du verlieren, wenn deine Aktien zum Beispiel um 20 oder 30 oder 50 Prozent fallen? Bist du das in der Lage, auch psychologisch wirklich durchzuhalten, nachdem du immer wieder in der Vergangenheit auf dein Depot geschaut hast, bist du da vielleicht ein bisschen empfindlich. Obwohl die Kurse den letzten Crash schon nach wenigen Monaten überwunden haben, so gibt es längst keine Garantie dafür, dass bei den nächsten Krisen die expansive Geld- und Fiskalpolitik wieder erfolgreich sein werden, wie in der Vergangenheit. Was du brauchst, sind eine Strategie und einen Handelsplan, die dich auf die jeweiligen Marktlagen und potenziellen Szenarien anpassen, sodass du weder überrascht wirst, noch zu emotionalen Entscheidungen verleitet wirst. Damit du dich schon mal grob orientieren kannst, schauen wir uns jetzt verschiedene Werte an, die bezogen auf den bisherigen Verlauf in vier Kategorien eingestellt werden können. Besonders im Technologiesektor sind viele Aktien besonders gut gelaufen und befinden sich schon weit über ihren letzten Allzeithoch. Die PayPal-Aktie fällt besonders gut in diese Kategorie. Im Zeitraum von ihrem Börsengang 2015 bis 2019 war die Aktie in vier Jahren bereits um fast 300 Prozent gestiegen. Die gleiche Performance machte sie auch nach dem Corona-Crash innerhalb von anderthalb Jahren. Wenn wir uns das Umsatzwachstum ansehen, so war es in diesem Jahr bis 2019 nicht wirklich geringer. Das hat automatisch zur Folge, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis sehr schnell sehr hoch ausfiel. Aktuell befindet sich das KUV an seinem absoluten Hochpunkt bei etwa 16. Und auch charttechnisch erkennen wir hier ein Doppeltop. Das sind genug Indizien dafür, dass die Aktie abkühlen muss und eventuell eine Korrektur bevorsteht. Historisch konnten wir maximale Drawdowns von ungefähr 30 Prozent in der Vergangenheit beobachten. Damit die Positionen, die in diese Kategorie fallen, dein Depot nicht herunterziehen, kann es sich schon lohnen, sie zu verkaufen, um sie zum späteren Zeitpunkt viel günstiger wieder zurückzukaufen. Logischerweise wird es niemandem gelingen, an der Spitze auszusteigen und am Boden wieder einzusteigen. Schau dir deshalb nach dem Video unseren kostenlosen Workshop an. Dort zeigen wir dir unseren Ansatz, um Ein- und Ausstiege optimal zu teilen. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Mehr Liquidität aufzubauen bzw. größere Cashbestände zu halten, kann zudem auch dazu dienen, in andere Werte zu investieren, die bereits schon eine Korrektur hatten oder sich bereits stabilisiert haben. In diese Kategorie fällt zum Beispiel die Xiaomi-Aktie. Haben wir übrigens in unserem Kanal schon mehrfach Videos zu gemacht, kannst du gerne mal bei uns auf dem Kanal vorbeischauen. Dieses umsatzstarke Unternehmen ist zwischenzeitlich von ihrem letzten Hoch um 40% gefallen und liegt immer noch rund 23% unter dem letzten Hoch. Auch ihr KV ist mit 2,4% deutlich tiefer als zu ihrem Allzeithoch. Der Abwärtstrend ist zwar schon gebrochen, jedoch haben wir noch keine klare Einstiegssignale gefunden. Wir befinden uns hier noch in der Seitwärtsphase. Sollte sich daran etwas ändern, erfährst du das ebenfalls hier auf unserem Kanal. In unsere dritte Kategorie gehören Werte, die sich aktuell in einer Korrektur befinden und den Abwärtstrend noch nicht gebrochen haben, also sie sind noch abwärts. Eines der bekanntesten Beispiele, welches seine Anhänger aktuell Kopfschmerzen bereitet, ist keine Aktie, sondern der Bitcoin. Auch wenn die fundamentalen Bewertungen von Kryptos eine ganz andere Geschichte sind, erkennt man gut, welche Fehler die Anleger immer wieder machen. Sie glauben, am Tiefpunkt zu kaufen, greifen in das fallende Messer, denn der Kurs befindet sich immer noch in einem aktiven Abwärtstrend. Da sollte man vielleicht nochmal ein bisschen warten. Man sieht das schnell an seiner Position, wenn man was gekauft hat und erstmal ein Minus ist. Auch hier kann es sich lohnen, diesen Wert vorerst abzustoßen und günstiger wieder einzukaufen. Denn an der Börse lohnt es sich immer mehr, diejenigen Positionen aufzustocken, die gut gelaufen sind. Also das, was wirklich läuft, aufzustocken, die sich in einem stabilen Aufwärtstrend befinden, als diejenigen, die man vermeintlich günstig einkaufen möchte, sich aber noch in einem entgegengesetzten Trend befindet und sieht, das läuft nicht so wie gedacht. In unsere letzte Kategorie der extrem stabilen Werte im Aufwärtstrend fällt die United's Health Group. Die Aktie ist im Healthcare-Sektor wiederzufinden, der im Vergleich zum Gesamtmarkt noch extrem viel Aufwärtspotenzial hat. Fundamental gehört die Aktie zu den Top-Werten im Sektor und befindet sich dementsprechend seit langem in einem sehr stabilen, sauberen Trend. Das KUV mag zwar in Sicht der letzten 10 Jahre recht hoch sein, doch es steigt in diesem Zeitraum langsam und kontinuierlich immer weiter an, was inflationsbedingt normal ist. Schau in dein Portfolio rein und sortier deine einzelnen Positionen in vier Kategorien. Es könnte sich eventuell lohnen, einige deiner Positionen umzuschichten oder deinen Cashbestand wirklich aufzubauen, um geeignete Einstiegssignale, wenn die Werte gefallen sind, zu nutzen, um dann dementsprechend noch mehr Geld zu verdienen. Uns ist bewusst, dass mittelfristige Strategien nicht für jeden umsetzbar sind. Da ist einiges an technischem und fachlichem Wissen verlangt. Das ist auch der Grund, weshalb die langfristige Buy-and-Hold-Strategie bei Privatanlegern am meisten Zuspruch erfährt. Hier verlässt man sich bei guter Diversifizierung und einem Anlagehorizont von mindestens 10 Jahre oder vielleicht 20 Jahre auf die durchschnittlichen Marktrenditen von ungefähr 5 bis 8 Prozent im Jahr. Bedenk dabei, du musst auch 30, 40 Prozent Korrektur immer aushalten können. Das haben viele in der Vergangenheit vergessen. Wir bei Finment möchten allerdings den motivierten Anlegern und an euch, denen das einfach nicht genug ist, ermöglichen, mehr aus ihrem Kapital zu machen. Eine Sofortlösung, sodass du von heute auf morgen große Summen verdienen kannst, gibt es nicht. Doch wir begleiten dich mit unserem staatlich zertifizierten Kurs und innovativen Finanztechnologien auf dem Weg zum profitablen Börsenhandel. Vor allem in erster Linie geht es darum, das Kapital zu schützen und nicht so eine hohe Schwankung zu haben. Und zwar mit möglichst wenig Zeitaufwand. Unsere Kunden verdienen im durchschnittlich im Jahr mehr als 20 Prozent. Wir sprechen mal von einer zweistelligen Rendite und wir haben sogar unsere Zielrendite für dieses Jahr auf plus 30 Prozent erhöht. Du kannst dich auch gerne einmal für unser kostenloses Strategiegespräch eintragen, damit wir zusammen einschätzen können, ob du in unsere Community aufgenommen werden kannst, ob das passt, wie dein Weg bei uns aussehen könnte. Ich wünsche dir alles Gute, Adrian von Finment.